Bis zu 9,80 Euro alle 10 Minuten kannst du mit dieser genialen und kostenlosen App verdienen. Das einzige, was du brauchst, ist dein Handy und die Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesem Video. Und sofort kannst du loslegen und garantiert dein erstes Geld im Internet verdienen. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute mit einer App, die für mich die beste Geld-App des Jahres ist, weil sie einfach funktioniert. Und zwar garantiert. Es ist eine deutsche App, keine komische Kryptowährung, du musst keine blöden Umfragen ausfüllen, bei denen du alle 20 Sekunden wieder rausgeschmissen wirst. Es sind keine Kleckerbeträge. Du kannst das Geld 100% verdienen und auch auszahlen lassen. Du brauchst keinen einzigen Cent Startkapital und es ist 100% seriös. Alles das bringt diese App mit und ich zeige dir jetzt Schritt-für-Schritt und in meinem eigenen Account, wie einfach das Ganze ist und wie du immer wieder und wieder mit nur maximal 10 Minuten bis zu 9,80 Euro verdienen kannst. Wenn du sowas cool findest, dann lass mir gerne ein Like für dieses Video da. Vielleicht auch ein Abo für den Kanal Geniale Geld Ideen kannst du komplett kostenlos machen. Und wenn du die Glocke aktiv wirst und alle Benachrichtigungen einstellst, dann kriegst du automatisch eine Info, wenn es hier bei Geniale Geld Ideen mehrmals pro Woche neue Geniale Geld Ideen zum smarten Investieren und zum Geldverdienen im Internet gibt. Vielen Dank dafür und jetzt schauen wir einfach mal rein, welche App du dir runterladen musst und zwar komplett kostenfrei, um ebenfalls, so wie ich, Geld damit zu verdienen. Die App, von der ich spreche, heißt Simenio und du bekommst sie im Apple App Store und im Google Play Store und sie funktioniert ganz hervorragend. Ich habe schon sehr, sehr viele Rezensionen dort geschrieben, denn genau darum geht es und du kannst eben Produkte, insgesamt sind es über 20.000 Produkte auf der Plattform, die du bewerten kannst, entsprechend ja bewerten, eine kurze Rezension schreiben und kriegst, hier steht bis zu 8 Euro pro verifizierter Bewertung. Aktuell gibt es eine Aktion, die dir tatsächlich bis zu 9,80 Euro bringt. Und was musst du dafür tun? Du musst lediglich die App runterladen und für ein Produkt genau diese 5 Zeilen Text schreiben. Dann kriegst du fast 10 Euro kostenlos in nur 10 Minuten. Das Einzige, was du machen musst, ist, du musst für dieses Produkt drei Vorteile und drei Nachteile aufschreiben. Einen kurzen Bewertungstext für Simenio. Dieser sollte mindestens 260 Zeichen haben und deine ehrliche Meinung zu diesem Produkt wiedergeben. Und dieser Text, den du hier liest, der hat schon mehr als 260 Zeichen. Das bedeutet jeder und wirklich jeder von euch ist in der Lage, so einen Text innerhalb von knapp 10 Minuten wohl zu verfassen, in dieser App hochzuladen, ein Foto des Produktes zu machen und sich dann fast 10 Euro einzustreichen. Wenn du es nicht glaubst, hier ist der Beweis. Mehr als 34.000 Nutzer sind bereits dort registriert. Ich bin einer davon. Es gibt über 100.000 Bewertungen für über 20.000 Produkte auf dieser Plattform. Also lad dir das Ganze einfach mal runter. Und ich blende mal ganz kurz hier meine aktuellen Einnahmen ein. Ich habe jetzt schon wieder 6,10 Euro durch meine letzte Bewertung hier erfasst. Und unten drunter siehst du, was ich mittlerweile schon habe mir auszahlen lassen in Form von Gutscheinen. 54,50 Euro. Und die habe ich wirklich in kürzester Zeit zusammengesammelt. Einmal habe ich hier 21,40 Euro ausgezahlt. Einmal 33,10 Euro. Und du kannst das sammeln. Du kannst aber schon ab 15 Euro Guthaben auszahlen lassen. Wenn du zwei Produkte bewertet hast, hast du das Ganze schon verfügbar. Wie genau funktioniert also jetzt die App? Als erstes registrierst du dich eben kostenlos und lädst dir diese App herunter. Habe ich gerade schon erklärt. Dann bewertest du dieses Produkt. Wichtig ist, du sollst ein Produkt bewerten, was du wirklich hast. Bei über 20.000 Produkten ist das sicherlich machbar. Es ist auch eine ganz einfache Suchfunktion drin. Und ich zeige dir gleich, welche Produkte gerade besonders lukrativ sind. Und wir gehen das Schritt für Schritt durch. Und ich zeige dir an einem Live-Beispiel, wie einfach es ist, hier deine ersten knapp 10 Euro zu verdienen. Und das kannst du immer wieder und wieder machen. Deswegen finde ich diese App so cool. Als dritten Schritt schreibst du dann eben diese Bewertung. So sieht das Ganze da beispielsweise aus. Du musst eine Sterne-Bewertung abgeben. Ein bisschen Angaben machen, wie lange du das Ganze schon besitzt. Und welches Produkt, welche Produkte Sorte und Ato besitzt. Dann gibst du eben drei positive Eigenschaften, drei negative Eigenschaften kurz an. Schreibst einen kleinen Erfahrungsbericht von mindestens 260 Zeichen. Also nicht Wörtern, sondern Zeichen. Also jeder einzelne Buchstabe, jedes Leerzeichen, jedes Komma, jeder Punkt ist ein Zeichen. Es ist sogar eine Rechtschaltprüfung schon inkludiert in dieser App. Und dann bist du fertig. Dann lädst du noch ein Produktfoto hoch, um zu belegen, dass du tatsächlich dieses Produkt besitzt. Auch da gibt es einen kleinen Hack, den verrate ich dir gleich. Und innerhalb von in der Regel zwei Stunden wird das von einem echten Team geprüft. Und du kriegst deine Credits gut geschrieben. In diesem Fall sind es 25 Credits. Das entspricht 2,50 Euro. Sobald du 150 Credits hast, also 15 Euro, kannst du dir das Ganze entsprechend auszahlen lassen. So einfach ist das Ganze. Und es gibt viele Kunden, die schon darauf vertrauen. Also du findest Produkte, die bei Idealo angeboten werden, bei günstiger.de, bei Autoscout24 etc. auf dieser Plattform. Das Ganze ist hundertprozentig kostenlos. Wie gesagt, ein deutsches Unternehmen, das dahinter steckt. Und das Ganze funktioniert wirklich einwandfrei. Ich empfehle dir, direkt loszulegen. Denn aktuell ist es so, dass du beispielsweise für jede verifizierte Autobewertung 9,80 Euro maximal kriegen kannst. Je länger du dabei bist, je mehr Bewertungen du hast, umso höher steigst du dort im Rang. Und hast die Möglichkeit, noch mehr Geld mit Simenio zu verdienen. Also 9,80 Euro gibt es aktuell für Autobewertungen, wenn du ein Auto hast. Oder in der Familie ein Auto hast, auf das du Zugriff hast, wo du schon mal mitgefahren bist. Und das du fotografieren kannst. Dann kannst du sowas natürlich auch nutzen. Du musst nur wirklich echte Erfahrungen mit diesem Produkt haben. Bose-Produkte, also Lautsprecher beispielsweise, Bluetooth-Boxen etc. bringen dir bis zu 8,70 Euro. AEG-Geräte, Wäschetrockner und so weiter bis zu 6,50 Euro. Sneakers, Turnschuhe 3,50 Euro. Und wenn du in der letzten Zeit mal geflogen bist, kannst du auch Flugstrecken bewerten. Wenn du von einer Stadt in die andere geflogen bist, auch da gibt es hunderte von unterschiedlichen Flügen, die du bewerten kannst. Und da gibt es ebenfalls bis zu 8,90 Euro für. Das ist super, super einfach und mega lukrativ. So viel Geld zahlt dir keine andere App draußen an dieser Garantie aus. Also gucken wir doch jetzt einfach mal direkt in meine App rein. Du siehst, wenn du dir die App runtergeladen hast, hier die aktuell angesagten Produkte, entweder von bestimmten Brands wie Bose, AEG oder Smart Broker oder ganz einfach Dinge, die du schon mal bewertet hast, die dir gefallen könnten. Du kannst aber auch über die Suche unten in der Mitte gehen. Oder wie Aktionen wie die Autobewertung, siehst du hier ganz oben, 98 Credits bis zu für alle Autobewertungen. Kannst du auch direkt oben auf Auto klicken und dann kriegst du die Autos, die bewertet werden können. Wenn du also so ein Auto hast oder kennst oder jemanden in der Familie hast, dessen Auto du fotografieren von innen und von außen kannst, um zu belegen, dass du in diesem Auto schon mal gefahren bist und was dazu sagen kannst, dann kannst du das ganz einfach verwenden und es gibt hier wirklich im wahrsten Sinne sowohl das hunderte von Autos, die du entsprechend bewerten kannst. Und das sind nicht nur mega teure Autos und muss kein BMW oder Audi oder sowas fahren, sondern es kann auch ein ganz einfacher Citroën sein beispielsweise oder ein Dacia Duster. Viele fahren den beispielsweise und wenn du so ein Fahrzeug hast, dann machst du es einfach folgendes. Du klickst dann da drauf und dann ist diese Bewertung hier für dich reserviert und du siehst hier, ich kann bis zu 98 Credits mit dieser Bewertung verdienen. Ich klicke dann auf jetzt bewerten und dann ist diese Bewertung unten für 60 Minuten für mich reserviert, also ich habe 60 Minuten Zeit, um diese Bewertung abzugeben. Ich mache das einfach mal und ich habe dieses Auto tatsächlich bei uns in der Familie und bin den schon ein paar Mal gefahren. Ich finde den ziemlich cool, das einzige, deswegen gebe ich nur 4 Sterne, was ich nicht besonders gut finde, ist, dass der eben ein bisschen billiger wirklich gebaut ist als andere Fahrzeuge. Aber das ist ja vielleicht gar nicht super negativ. Also gibst du hier an, wie lange du dieses Fahrzeug schon besitzt. Gibt es der Bewertung eine Überschrift, zum Beispiel tolles Auto mit einigen Mängeln. Gibt es das Baujahr an und wann es die letzte TÜV und Inspektion gab, was wurde zuletzt im Auto repariert, gibt es bald Wartungen oder Reparaturen, wie viele Kilometer hat das Fahrzeug gefahren. Das kannst du alles ganz einfach im Fahrzeugschein, im Serviceheft oder eben im Armaturenbrett dir nachschauen. Und wenn du das alles ausgefüllt hast, dann gehst du hier unten in diesen Bereich und gibst dort die drei positiven Eigenschaften dieses Produktes an. Dann schreibst du also etwas dazu, was du an dem Auto besonders gut findest und das muss wirklich nur ein halber Satz sein beispielsweise und was du schlecht an diesem Auto findest. Und dann gibst du hier deine eigene Bewertung ein. Du kannst das Ganze auch mit einem Klick auf das Mikrofon einsprechen und dann wird eine KI automatisch das, was du sagst, in einen echten lesbaren Text verwandeln, sodass du sogar weniger als 10 Minuten für diese Bewertung brauchst. Wenn du fertig bist, klickst du ganz einfach auf Fertig und kriegst dann den Antrag hier unten in blau markiert, Foto Nachweis und Abschicken. Dann klickst du einfach da drauf, musst dann ein Foto davon eben hochladen, klickst auf Absenden und dann ist das Ganze hier in den Bewertungen erfasst, eben noch nicht bestätigt. Aktuell ist das bei mir eben, wie du hier sehen kannst, nur reserviert. Und sobald das Ganze bestätigt ist, kriege ich dort dann entsprechend meine Credits sofort gutgeschrieben und kann sie einlösen gegen meine Amazon Gutscheine. Und das ist tatsächlich auch der einzige, wenn man so will, Nachteil. Du kannst leider noch nicht in PayPal oder anderen Währungen auszahlen, sondern lediglich in Amazon Gutscheinen. Das ist das Einzige, wo einige sagen, oh, finde ich nicht gut. Ich finde das super, weil erstens bestelle ich sowieso zu 99% bei Amazon und zweitens hast du, sobald du deine mindestens 15 Euro in Credits eingenommen hast, sofort mit einem einzigen Mausklick diesen Gutschein verfügbar und kannst ihn sofort verwenden, sofort einlösen bei deiner nächsten Bestellung. Und das kannst du immer wieder und wieder machen. Für mich also die wirklich beste Geld-App Simenio. Und ganz wichtig, ich bekomme hierfür kein Geld, dass ich das hier sage. Ich habe kein Affiliate-Programm, es gibt nichts, was ich dafür bekomme, außer, dass ich selber diese App gut finde, dass ich sie selber nutze und dass ich sie euch gerne empfehle, gerade für diejenigen, die wirklich schnell erste Erfolge im Online-Geldverdienen erzielen wollen. Das könnt ihr tatsächlich hier machen. Ihr müsst nichts dafür können. Ihr müsst nur ein paar Produkte zu Hause haben, könnt innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von Minuten euer erstes Geld mit dieser App verdienen. Ihr braucht kein Startkapital. Ihr müsst nichts dafür können, außer ein Handy in der Hand zu halten. Denn schneller und einfacher könnt ihr wirklich nicht Online-Geld verdienen. Wobei, das stimmt nicht ganz. Du kannst sogar noch schneller und noch einfacher Online-Geld verdienen, wenn du nämlich auf das Video klickst, was ich links eingeblendet habe. Da erfährst du, wie du mit einer weiteren App bis zu 8700 Euro im Schlaf verdienen kannst. Ich zeige dir den Beweis, dass es wirklich funktioniert. Einmal eingerichtet, danach musst du nie wieder etwas tun und kannst schauen, wie dein Geld wächst. Wie es funktioniert, erfährst du, wenn du draufklickst. Also, wir sehen uns gleich in diesem Video.